Hallo ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Es geht um die Woche vom 6.7. bis zum 12.7. In dieser Woche gehen wir durch das Tor 7.7. Die entsprechende Energiearbeit dafür habt ihr in der Infobox. Wir haben am Sonntag, also nächsten Sonntag am 12.7. wird die Rückläufigkeit des Merkurs endlich beendet. Am 12.7. 12 plus 7 ist 19. Es geht um den Saturn, der weitergezogen ist aus dem Wassermann, wo er die erste Jahreshälfte war, in den Steinbock. Dazu habt ihr auch das Zusatzorakel in der Infobox. Und an Mondenergien haben wir die Woche den Wassermann, die Fische und den Widder. In Kombination gelesen bedeutet das, erfolgreiche Prüfung, Wissensübertragung ist das, was wir im Grunde genommen schon Freitag im Vollmondorakel hatten, dass das Wissen übertragen wird, dass es Führung gibt, um die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Und dieses plötzliche Wissen, was zu tun ist, haben wir ja auch im Zusatzorakel vom Saturn im Steinbock. Und das bestätigt auch nochmal die Mondenergie des Widders. Das plötzliche Wissen, was zu tun ist, haben wir hier auch angezeigt. Wissensübertragung, Vermittlung, ein klares Wissen über die notwendigen Veränderungen. Ja, was bedeutet das? Hier auch, ne? Saturn im Steinbock. Sich von Blockaden trennen. Was bedeutet das? Kartenauswahl, Erkanung, Wissen, ne? Wieder das klare Wissen. Blockaden lösen, ne? Sich davon trennen, von dem, was blockiert. Schattenarbeit ist diese Woche angesagt. Twin Flame Shadows. Auch nochmal Bestätigung, weil, habe ich euch ja erzählt, ne? Mit dem Vollmond heute ist ja auch nochmal eine halbschattige Mondfinsternis. Und danach geht es dann ja in die normalen Mondenergien. Was ist schon normal? Aber dann hören zumindest diese Mondfinsternis-Energien auf, ne? Hatte ich euch ja erzählt, wir waren Mondfinsternis, Sonnenfinsternis. Und jetzt die dritte, das dritte Mal, ne? Vollmond in einer Finsternis, ne? Es ging also übelst an die Blockaden und an die Schattenarbeit ran. Und das Ganze erreicht jetzt mit der vorerst letzten Mondfinsternis, ne? Die wir heute haben oder bereits hatten. Das war ja heute Morgen um halb sieben. An die, an das grobe Paket der Schattenarbeit ran, ne? Von Vollmond bis Neumond lassen wir los, ne? Ja, die Trennung von den Blockaden. Funktioniert aber nur wie? Halt durch das klare Wissen, ne? Aber das habe ich euch ja im Vollmond-Orakel schon gesagt. Jetzt möchte ich da gleich nochmal eine Warnung aussprechen. Ihr wisst, wir sind gewisse Kartendecks immer ein wenig unangenehm. Ich erinnere mich dran, wo ich mit euch mit dem Tarot gelegt habe, was dann, ja, krasse sexuelle Stellungen hatte. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ja, wenn wir hier auf ein Schattentarot haben, wird die Wortwahl, er nicht so amüsant, ne? Also wer gerade zart beseitet ist und da nicht so gerne hingucken möchte, der schallt dir jetzt ab. Ansonsten kann ich euch schon mal sagen, rückläufiger Merkur, habe ich euch ja gerade erzählt, noch bis nächsten Sonntag, bis zum 12.7. Rückläufiger Merkur-Orakel, ne? Habt ihr auch in der Infobox, habe ich euch auch im Vollmond-Orakel am Freitag bereits berichtet. Ihr sollt euch zurücklehnen und entspannen. Ja, deshalb habe ich auch gefragt, ne, was geht denn hier jetzt schon wieder an die Schandarbeit ran, ne? Und ihr wisst ja, ich lege Wochen-Orakel eigentlich immer für euch. Außer letzte Woche fand ich es schon so dubios, ne? Da hatten wir schon so ein Mischmasch-Paket. Vielleicht erinnert ihr euch, da hatte ich um Nachsicht gebeten, wenn es nicht ganz so flüssig fließt, weil ich diesen Chaos-Haufen, ne, von Kleidern hatte, von allen, wo alles reingeworfen ist, wo erstmal nach Größe, Farbe und so weiter sortiert werden muss. Und diesmal kann ich euch sagen, ist das tatsächlich ein Wochen-Orakel, der gegenüber, ja? Weil ihr euch ja Abschlussphase des rückläufigen Merkurs, ne? Rückläufiger Merkur-Orakel, zurücklegen und entspannen sollt, ne? Und bestätigt ist das ja auch nochmal durch die Mars-Energien. Ihr wisst, Mars, der Planet des göttlich-männlichen, ne? Schaut, habe ich euch ja auch schon erzählt gehabt, ne? Der Mars stand ja bislang in den Fischen her, ne? Der Blick auf, ich verstehe es einfach nicht, ne? Was sind denn hier meine Lernaufgaben? Und ist ja jetzt aktuell weiter in den Widder gezogen, ne? Aha! Der Aha-Effekt, ne? Wie im Vollmond-Orakel schon angekündigt, ja? Der Aha-Effekt, das klare Wissen darüber, was verändert werden darf. Ja, also war das für mich auch nochmal ganz klar okay. Das sind die beiden Energien, mit denen der Mars sich jetzt gerade aktuell beschäftigt hat, die ganze Zeit vorher mit den Fischen, ne? Und jetzt steht er ja im Widder, ist also eindeutig das Wochen-Orakel für die Gegenüber. Ihr seid hoffentlich ganz entspannt, ja? und dann gucken wir uns mal die drei Stufen der Gegenüber an, würde ich sagen. Fangen wir an! Und da haben wir einmal alle die, die ihrer Intuition noch nicht vertrauen, ja? da dauert es noch, da kommt es noch nicht so richtig an und jetzt guckt hin, ne? Vollmond-Orakel, eure Position liegt das daran, dass noch nicht genügend Klarheit von euch geschaffen wurde, ja? Haltet ihr die Situation schwammig, wischi-waschi, kommt kein klares Wissen da an, ne? Weil ich habe hier die hohe Priesterin auf dem Kopf und das bedeutet, ne? So ist es ja Intuition folgend, ne? Vertrauend, angebunden, intuitiv handelnd und das ist die Ablehnung, ne? Die Entweder noch die Ablehnung, ja, in die Veränderung, ins Handeln zu kommen, ne? Weil ich will das gar nicht wissen. Naja, so halt wie im ich möchte das Vollmond-Orakel jetzt eigentlich nicht nochmal wiederholen, ne? Das könnt ihr euch dann ja selber nochmal angucken. Also die sind alle dabei, ne? Die noch nicht aus der Pötte kommen, ne? Dann ähm alle, die die versuchen es auf die alte Art und Weise, ja, ähm wieder ins Lot zu bringen, weil das ist ja der Wille an einer Situation zu arbeiten, ne? Ich habe etwas erkannt und arbeite jetzt daran. Und das sind alle, die, die haben dieses Wissen jetzt schon, ne? Das Wissen ist angekommen, das heißt, ihr habt vermutlich ein klares Handeln, eine klare Worte gefunden, aber die wollen noch nicht, ne? Nein! Vielleicht, und da wird mir halt auch wieder das Vollmond-Orakel gezeigt, ne? Die, die bislang nichts dafür tun mussten, ne? Auf der rechten Seite Kopfebene, wo die gebratenen Täufchen einfach so ins, ähm, ja, zugeflogen gekommen sind, ne? Und, ähm, diese Situation möchten sie gerne behalten. Ich will nichts dafür tun müssen. Das ging doch bislang auch so. Das sind die, müsst ihr mal gucken, das sind dann, äh, kommen sie wahrscheinlich so mit der alten Masche wieder an, ne? Und einmal die, auch wie im Vollmond-Orakel, ich bin ganz begeistert, wir haben wirklich im Vollmond-Orakel alle drei Ebenen abgedeckt, ne? Einmal die, die jetzt, ähm, kampfbereit sind, ja, um ihren Sieg, ihren Erfolg einzufahren. Die, bei denen sich das göttlich-männliche quasi ausgebildet hat, warum? Ja, weil es halt, ne, klare Konsequenzen gab, ne? Vollmond-Orakel. Gut, dann gucken wir mal, fangen wir bei denen an, wo sich ein Wissen einfach nicht setzen will, ne? Warum? Hatte ich eingangs schon erwähnt, ne? Weil, ähm, es sich einfach keiner traut, ihnen zu sagen, ne? Das, das Wissen kommt nicht durch. Was haben wir denn dafür in Schatten? Ja, wegen dem falschen Medikament, ne? Wegen dem falschen Medikament. Und was ist das falsche Medikament? Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, ne? Weil, ähm, einfach keine klaren Worte gefunden werden. Keine klare Absichtserklärung, ne? Kein klares Wissen vermittelt wird. Ähm, Ja, ne? Solange ihr nicht klar seid, ne? In eurem Handeln, in euren Tun, in euren Worten, ähm, nicht rigoros und konsequent dahinter steht, ähm, ja, kann sich das, gibt es halt auch kein klares Wissen, ja, was verändert werden darf, ne? Und in die Umsetzung kommen muss. Und das sind die, ne? Das ist dann hier die Folge. Das, äh, ist das falsche Medikament, ne? Medikament, warum? Um eine Situation zu heilen, ne? Für Heilung ist ja der allgemeine Medikamentengebrauch und das richtige Medikament wäre halt, ne? Ein klares Wissen zu übermitteln, was es an Veränderungen bedarf und da dann auch rigoros und konsequent dahinter zu stehen, ne? Das wäre das richtige Medikament und dieses Wissen wird hier aber nicht vergeben, abgegeben, zugeteilt, ja, und deswegen ist es halt, äh, das falsche Medikament, ne? Jo. Deswegen passiert hier nichts. Passierte nichts. Alles beim Alten. so wie es bislang halt auch war, ne? So, was haben wir noch? Alle die Vollmund-Orakel wird mir hier gezeigt, Kopf-Ebene des Gegenübers, ne? die gebratenen Täubchen fliegen in den Mund. Ich brauche dafür gar nichts zu tun. Und wenn sie dann jetzt halt nicht mehr in den Mund fliegen, ne? von Vollmund bis Neumund lassen wir wie gesagt los, dann ist es aber doch das Schwollige darüber, ne? Das Schwollige, das finde ich aber doof. Ich will gefälligst den einfachen Weg und, ähm, hab auch keine Lusten daran zu arbeiten, ich will das nicht verändern und, ähm, Faulheit, Faulheit und Bequemlichkeit wird mir so gegeben. Faulheit und Bequemlichkeit, vielleicht geht das ja auch so. Ja, ne? Auch wenn Vollmund-Orakel. Das sind, äh, ein paar mehr Karten, da stecken, da steckt dann nicht nur das eine Schattenchen hinter, ne? Was, äh, hier die falsche Medikamentenverabreichung ist, ähm, das ist dann ein bisschen mehr. Gut, fangen wir mal an, ne? So, da haben wir, ach so, wartet, ich soll so, einfach umdrehen, ja. Ja, da haben wir das, äh, kindische Verhalten, ne? Das kindische Verhalten, nö. Ich brauch da dran nicht arbeiten, das sind, das sind Spielchen, ne? Hier, Machtkämpfchen. Ich brauch da dran nicht arbeiten, das brauchte ich bislang auch nicht, wieso sollte ich das jetzt tun, sehe ich überhaupt gar nicht ein. Das ist, ähm, das, das Kind im Manne, das kommt doch schon wieder mit der Suppe, ne? Nein, ich esse meine Suppe nicht. Meine Suppe esse ich nicht. Brauchte ich ja bislang auch nicht. Ich will die gebratenen Täubchen wieder so zugeflogen bekommen haben, ne? Das hat auch immer geklappt. Und das ist ja auch das, ne? Das ist halt so dieses, ähm, Spiel auf Zeit, ja, wird mir gesagt. sie spielen einfach auf Zeit, ne? Sie setzen hier auf die Zeit, die Zeit wird das schon managen, die Zeit wird das schon regeln, Vollmond-Orakel, war ja auch auf eurer Kopfebene, ob ihr nicht wieder die Tür öffnet und wieder den ersten Schritt macht. Und das sind die hier. Die setzen einfach da drauf, die setzen einfach auf, die Zeit wird das für mich schon regeln, das war schon auch immer so. Sind schmollig und wenn ich schmolle, ne? Bringt sie das schon wieder in Ordnung. Macht sie doch immer. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Ich setze auf Zeit. Zeit war schon immer, ähm, ihr Gegner, mein Partner, mit auf Zeit setzen, habe ich schon immer gewonnen. hier, Leere und Substanzlosigkeit, da steckt nichts dahinter, außer, ja, hier, ein Haufen Ausreden. Ein Haufen Ausreden, warte, ich stelle, mache ich mal weiter runter. Ein kindisches Benehmen, ne, was, äh, leer und substanzlos ist, was einen Haufen Ausreden beinhaltet, ähm, für sich vielleicht auch, ne, dicht aus einer, äh, anderen Partnerschaft trennen zu müssen, ne, brauche ich nicht, brauche ich bislang auch nicht, ja, ähm, einen Haufen Ausreden dafür und, oh mein Gott, ich habe, ich habe ja, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, ne, die Karten sind krass, ne, das ist, ja, aber gut, das ist halt nur mal Schattenarbeit, ne, ist klar, dass hier jetzt kein kleines Mädchen steht, was mit Blümchen wirft, ne, ja, ja, ich nehme hier so wahr, dass ihr, äh, auch in, ihr seid getrennt, ja, in einer, ähm, Separationsphase, und werdet dort mit Verachtung gestraft oder um euch mit Verachtung zu strafen, so dass ihr an den Punkt kommt, wo ihr euch wieder ganz dumm fühlt und dieserjenige, welcher mit seinem Ausredenpaket wieder durchkommt, in der Substanzlosigkeit bleiben kann und mit seinem kindischen Verhalten oder Spiegelung, ne, sind ja in der Regel Spiegelpater, euch vielleicht auch, ihr vielleicht auch das Gefühl habt, dass ihr euch kindisch verhaltet, ne, und Vollmondorakel, Kopfebene bei euch, das Bedürfnis habt, das Ganze wieder in die, ja, in Ordnung zu bringen, ne, wieder in, in die Harmonie zu bringen. Ja, das ist, äh, ein krasses Paket hier, das, ich glaube, der Stapel ist der Grund, weshalb ich vorab gesagt habe, das sind krasse Karten und wer da jetzt gerade nicht so Lust hat auf diese Klarheit, ne, auf die Wahrheit, ne, das klare Wissen, ähm, da verkauft euch jemand für dumm, ne, da hat jemand einfach überhaupt gar keinen Bock da dran zu arbeiten und, ähm, kam damit Vollmond-Orakel, bislang auch echt ganz gut durch, ne, ja, da versucht jemand den einfachen Weg, den einfachen Weg zu wählen und der einfache Weg ist, ich setze das einfach aus, ja, okay, die packen wir weg, ne, das ist doof, wollen wir nicht, nicht schön, ne, aber ja, das ist, äh, das ist dann halt nur mal Schattenarbeit, ne, sich trauen, da hinzugucken und sich das Ganze halt nicht schönzureden, ne, hier, Saturn im Steinbock-Orakel, wo genau das ja auch nochmal erklärt wird und erklärt wird, woher das plötzliche Wissen, was zu tun ist, kommt, ne, ja, und alle die, die, ähm, hier die erfolgreiche Prüfung haben, erfolgreiche Wissen vermittelt haben, da, ähm, ganz klar, eine klare, vollmond-Orakel, göttliche Ordnung hergestellt haben, ähm, ähm, ja, das Wissen vermittelt haben, sodass auf der anderen Seite ein klares Bewusstsein ist, wo man sich gar nicht mehr rauswinden oder rausdrehen kann, weil die Worte einfach so klar gewählt worden sind, ja, ähm, ja, wo da das göttlich-männliche geweckt wurde, ne, ihr wisst, wir haben gewechselt in die Zeit des grünen Mannes mit der Sommersonnenwende, ne, und wo die jetzt einfach die, ähm, Kampfbereitschaft haben, weil es überhaupt dann jetzt erst was zu erobern gibt, ja, vorher war es ja das gebratene Träumchen, weil es so immer einfach so in den Mund geflogen ist, ihr fährt Satteln, um, ähm, Beute zu machen, weil es mir wieder ist, oh Gott, oh Gott, um, ähm, sich auf ihr Ziel zu fokussieren, ja, das Ziel haben wollen, anvisieren und ihr Erfolgserlebnis einfach, ähm, haben wollen, ne, was gibt es da noch? Oh Gott, ich sage ja, die Karten, die sind echt krass, ne, aber gut, das sind halt nur mal Schattenkarten, das ist, ja, woher kommt das, ne, das auf Sieg setzen, woher kommt das, den Erfolg einzufahren? Und das ist auch das, ne, was, ähm, ich euch im Vollmond-Orakel schon erklärt habe, durch die Projektion, ja, durch die Projektion von was? Von Sieg und Erfolg, ja, ihr habt euch erfolgreich Vollmond-Orakel weggedreht, ne, hab die Tür zugemacht und hab gesagt, also, ne, ähm, Freund der Nacht, Schattenarbeit, ne, 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 Freund der Nacht, oder wie hatten wir das so schön, ähm, letzte Woche in den Mondenergien gezeigt, ne, mit der Frau, die das kurzfristige Glück verneint, ne, blockiert, ne, 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 mein Freund, auf Sieg und Erfolg setzt, ja, auf, ich habe das Geburtsrecht, ja, Liebe leben zu dürfen, ne, und deshalb, ne, hier, nein, 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 nein zu was? Zu kurzfristiges Glück, ne, keine Veränderung, nicht aus der Pötte kommen und so weiter und so fort. Ja, die Projektion, ne, die Projektion von was? Von dem Siegesbedürfnis, ne, den Lorbeerkranz einzufahren, davon Fülle leben zu wollen, davon etwas Bestimmtes in seinem Leben zu manifestieren und haben zu wollen und sich dann nicht mehr manipulieren und benutzen zu lassen, ja, ich setze auf persönliche Erfolge, auf persönliche Fülle, etc., hier, ne, Vollkommenheitspakete, ja, Infobox, ja, da findet die Projektion statt, ne, und was passiert einem beim, äh, Gegenüber? Shocking, ne? What? So what? Ich glaube, das ist von Pink, ne? I'm a rockstar. Yeah, so what? Cause I'm a rockstar. Ja. Life is life. Na, 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 na. Ne? Hier. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf zu verzichten, ne? Was? So what? Keine gebratenen Täubchen mehr, die Projektion, von Sieg und Erfolg. Will ich auch. Was soll denn das? Da will ich Teil von sein, ne? Vollmond-Orakel, göttliche Ordnung muss her. Ich will die Einheit, ne, mit meinem Seelengefährten bilden. Ja, entschuldige mal, denn, äh, übernimm mal dein Part, der da lautet, das göttlich-Männliche zu sein und tu mal was dafür, ne? Hier, plötzliche Wissen, was zu tun ist, ne? Saturn im Steinbock-Orakel. Ja, so what? Shocking. My Lady, ne? Setzt auf Sieg und Erfolg. Ja, da sehe ich aber ganz schön alt nebenaus, ne? Da sattle ich mal in meinem Pferd, da muss was aus mir raus. Ja, sehr, sehr geil. Ja, spannende Woche, würde ich wieder sagen, ne? Also, ähm, das ist, äh, raus aus dem Zyklus, ne? Noch eine Runde. Das ist, ähm, da muss wirklich Rigorosität, ne? Und konsequentes Handeln her und da, äh, muss jetzt rückläufiger Merkur einfach nur noch, ne? Yeah, so what? Cause I'm a rockstar. Nur noch Entspannung, ne? Entspann dich, lehne dich zurück. rückläufiger Merkur, es ist, äh, geritzt, ne? Das, ähm, Saturn im Steinbock, plötzliche Wissen, was zu tun ist, ist da. Ja, sehr schön. Aber würde ich sagen, äh, werfen wir noch mal eine Runde, ne? Werfen wir. Ah, vielleicht kriegen wir dann ja trotz alledem noch mal für euch ein Förderlich und Hinderlich raus. So. Förderlich und Hinderlich für die Woche vom 6. bis zum 12.7. Förderlich und Hinderlich für die Woche vom 6. bis zum 12.7. Förderlich und Hinderlich für die Woche vom 6. bis zum 12.7. Und dann alles, was wir brauchen, bleibt liegen. Und alles, was unnützer Krams ist, fällt jetzt runter. Wir machen so lange, bis alles glatt ist. Gut, gut, kleiner Knut. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier jetzt im förderlichen Bereich? Alles überflüssige, weg. Das irritiert mich nur, wenn ich das auch noch im Blickfeld habe. So. Ach, übrigens, ihr wart so begeistert von dem Baum-Orakel. Wenn ich euch auch eins basteln soll, ich mache das gerne, dann sagt mir Bescheid. Stelle ich euch unten mal rein. Wer ein Baum-Orakel haben möchte, nicht hübsch, aber selten. Und echt ganz toll in der Anbindung, finde ich. Der meldet sich. So, ihr Hübschen. Förderlich auf die Spiegelung zu achten. Hier. Was war, kriege ich euch ein bisschen höher. Was war hier liegen, hatten. Da. Die Projektion. Da. Die Projektion. Von was? Von Sieg und Erfolg, ne? Seid ihr selber überhaupt ausgerichtet auf Sieg und Erfolg? Oder seid ihr ausgerichtet auf Unterwürfigkeit, Anpassungsfähigkeit, Harmoniesucht, etc. pp. Förderlich ist, auf die Spiegelung zu achten. Und welche Spiegelung habe ich euch ja für Haufen für Haufen erzählt, ne? Was bekommt ihr? Das, was ihr bekommt, ist eine Spiegelung eures Selbst, ne? Eurer eigenen Wertigkeit, eurer Selbstliebe, eures Selbstbewusstseins, ja? Es ist förderlich, diese Woche auf die Spiegelung zu achten. Denn, my ladies, ja, ihr steht ja, ne? Die, die, ähm, ja, sagt schon. Venus ist da ja auch noch drin, ne? Venus steht gerade im Zwilling. Habt ihr auch ein Orakel in der Infobox? Ja, genau. Und die Spiegelung, ne? Ja, Affären zu verneinen. Das ist ja das, was wir letzte Woche in dem Mondenergien hatten, ne? Ja. Kurzfristige Sachen, die immer nur mal kurz aufploppen. Oder immer nur mal kurz. ein Highlight, ein Hochgefühl bieten und dann aber ganz schnell wieder versacken, ne? Ja. Ist das falsche Medikament? Das möchtest du doch gar nicht. Du möchtest doch dein dauerhaftes Glück, oder? Dann trau dich, Nein zu sagen, ne? Tor. Der vollkommene Ton. Ja. Was ist förderlich? Ja, das Ganze, was habe ich gesagt, ne? In der Kommunikation, ne? In der Kommunikation. Und das ist halt gerade energetisch, ne? So wie wir es ja auch erläutert haben und erklärt haben. Gewollt. Vollmondorakel. Nochmal angucken. Der Neuanfang und die Veränderung in diese Richtung Schattenarbeit, ne? Kommt halt erst, wenn man seine Angst besiegt. Und wenn man die eigenen Ängste erfolgreich besiegt hat, dann kommt die Projektion. Eine überraschende, unter den Störchen, eine überraschende Wende in den Gesprächen. Ja. Und zwar von wem? Ja. Vom Mann. Der guckt nämlich direkt durch die Übertragung des Wissens, des klaren Wissens, in die Veränderung rein. Das Köpfchen, ja, im Köpfchen ist Chaos, ne? Ja. Vollmondorakel, ne? Im Köpfchen ist Chaos, ja? Und dieses Chaos könnte halt wieder Ängste auslösen, ja? Das ist aber nicht so gut. seiner Intuition zu folgen, ja? Ist gerade viel sinnvoller. Und das ist auch das, was wir im Vollmondorakel hatten, ne? Dass bei euch so ein bisschen Herz gegen Verstand ist, ne? Und euch das Herz eigentlich meldet, ne? Hier, das Chaos im Kopf, ne? Das hatten wir im Vollmondorakel angezeigt. Und euch das Herz aber meldet, ne? Du hast doch alle Antworten in dir. Du hast alle Antworten in dir. Ja? Guckt euch das wirklich nochmal an. Was ist denn hinderlich? Da auf Freundschaft zu setzen, ja? Die wollt ihr doch eigentlich gar nicht. Oder? Ist es, ist, ist, ist das Ziel, die Freundschaft, wäre das für euch der Sieg und der Erfolg? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr wollt da eigentlich was anderes. Ihr wollt, hinderlich, ihr wollt nicht auf Freundschaft setzen und auf dieser Ebene den Wachstum und die Stabilität haben? Nein. Ihr seid doch keine Freunde in dem Sinne, ja? Ihr wisst schon, wie ich meine. Das wäre absolut hinderlich. Hier. Oh, voll geil. Ich brauche überhaupt nichts zu tun. Beendet das. Ja. Erklärt eine Freundschaft für beendet, wenn sie euch nicht gut tut, ne? Beendet Heimlichkeiten. Ja? Heimlichkeiten sind hinderlich, klare Wissensvermittlung. Darum geht's, ja? Und beendet Heimlichkeiten über was? über eure Sehnsüchte und Wünsche. Kommuniziert die ganz klar. Meine Sehnsüchte und Wünsche sind die zu offenbaren. Darauf gibt's ein Ja. dieses vor sich vor Schlangen im Gras wird mir gesagt. Dieses intrigante, ne? Um Ziele zu erreichen, dafür gibt's auch ne Spiegelung, ja? Das blockiert. Und blockiert auch Dreierkisten. für euch sind heimlich gelebte Verbindungen doch gar nicht eure Fülle, nicht euer Sieg und auch nicht euer Erfolg. Hört auf, eure Ziele und Wünsche zu verheimlichen. Beendet die Heimlichtuerei. steht öffentlich dazu. Ja? Und blockiert da auch zeitliche Verzögerungen, ja? Hier dieses Ausredenpaket, ne? Wo hatten wir das mit den Ausreden? Hier, ne? In der Substanzlesigkeit. Ich hab keinen Bock, was dafür zu tun. Da hatten wir doch hier auch die ganzen Ausreden irgendwo, ne? Ne. Doch, da. Ausreden, ne? Kindisches Benehmen, alles nur Ausreden, Substanzlosigkeit, weil man keinen Bock hat, ne? Daran zu arbeiten oder etwas dafür zu tun. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Aber, ähm, die Woche ist klar, ne? Für dich. Und es ist eher schön, dass bei förderlich und hinderlich nochmal was rumgekommen ist, ne? Ja. Wie sieht das nächste Woche aus? Wann hört ihr von mir? Äh, erst am Sonntag wieder. Mondorakel gibt's Sonntag, Wochenorakel gibt's auch Sonntag, also ihr hört, äh, für alles am Sonntag. Und, äh, am 13. geht das dann ja auch los mit den 10 Portaltagen in Folge. Da habt ihr, ähm, ne Räuchermischung für die Portaltage auch in der Infobox, ja. Und wenn ihr ansonsten Hilfe braucht, wisst ihr ja, wo ihr mich findet, ne? Der Rat an sich lautet, setz auf Erfolg. Yeah, so what? Cause I'm a rockstar. Ich drück euch, ihr Lieben. Bis dann. So am. Mmh. Mhm.